tauchen ist für mich vertrauenssache deswegen komme ich immer wieder gerne hier zu scuba wird denn die leute hier können dir zwei sachen garantieren nämlich sicherheit und entspannung beim tauchen und das ist denke ich mal ganz wichtig und jedes mal wenn du wieder hierher kommst es ist einfach als würdest du nach hause kommen und du weißt jeder heiß dich hier herzlich willkommen so 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 so